Möchten Sie Ihre Beschaffungsstrategie auf das nächste Level bringen? Um Innovationen und nachhaltige Einsparungen zu erzielen, benötigen Sie die richtige strategische Beschaffungsumgebung. Eine, die Lieferanten und andere Beteiligte nahtlos miteinander verbindet und die mit modernen Tools, Beschaffungsexpertise und einfachem Zugang zu Informationen aufgebaut ist. Genau das erhalten Sie mit Merlin – Vereinfachung der strategischen Beschaffung. Material e-Resource Linked Information Network Es wird Ihnen bei der Modernisierung und dem Wachstum Ihres Unternehmens helfen. Merlin ist eine Komplettlösung mit Funktionen, die erforderlich sind, um die besten Beschaffungsergebnisse aller Zeiten für all Ihre direkten und indirekten Beschaffungsanforderungen zu erzielen. Mit Merlin können Sie neue Lieferanten onboarden und Lieferanten Ihre Daten vornehmlich selber pflegen lassen. Sie können auch eine Liste von bevorzugten Lieferanten zusammenstellen, um anhand von selbstdefinierten Kriterien, Materialien und Dienstleistungen in einer oder mehreren Kategorien und Regionen zu beschaffen. Marie ist die Managerin in der Verwaltungsabteilung. Sie benötigt Laptops und anderes Büromaterial für neue Mitarbeiter. Marie kann den Bedarf nach Überprüfung der Budgetverfügbarkeit mit wiederverwendbaren Vorlagen im Bedarfsmanagement von Merlin erfassen und genehmigen lassen. Martin ist der Beschaffungsmanager. Er fasst ähnliche Bedarfe aus anderen Bedarfsanfragen zusammen und verwandelt sie entweder in eine Bestellanforderung, eine Online-Informations- und Angebotsanfrage oder eine Ausschreibung, je nach Anforderungen, und fragt bei den von Merlin vorgeschlagenen Lieferanten an oder wählt aus der Liste der registrierten Lieferanten aus. Darf ich vorstellen? Paul, der Lieferant. Er kann ausstehende Antworten einsehen und Online-Angebote abgeben oder an Online-Auktionen und Geboten teilnehmen, aufgeteilt nach verschiedenen Parametern, wie von Martin gewünscht. Paul kann die Antworten mithilfe von Excel-basierten Vorlagen in Merlin schneller bearbeiten. Martin kann die von Otto Lieferanten bereitgestellten Informationen mithilfe der intuitiven Online-Beschaffung Benutzeroberfläche vergleichen und anhand einer Reihe von Faktoren den oder die am besten geeigneten Lieferanten auswählen. Anschließend kann er seine Beschaffungsentscheidung mithilfe des konfigurierbaren Genehmigungsworkflows von Merlin weiterleiten. Martin und seine Kollegen in der Beschaffungsabteilung können die Daten zu Ausgaben und Einsparungen nach Kategorien, Regionen, Lieferanten usw. analysieren, mithilfe des intuitiven Informationsmatrix von Merlin und entsprechende Beschaffungsentscheidungen treffen, um Risiken zu begrenzen und zu minimieren. Lernen Sie Otto kennen, einen Analysten in der Beschaffungsabteilung, der unzählige Stunden damit verbringt, verschiedene Tabellen, Kalkulationen und E-Mails zu durchsuchen, um Berichte zu erstellen. Mithilfe von Merlin kann Otto diese sofort aus der Liste der vorkonfigurierten Berichte erstellen, sie filtern und zur leichteren Referenz weiterleiten. Kurt, der Compliance-Beauftragte, kann sofort Prüfberichte erstellen, indem er den Betriebsprozess oder die Mitarbeiter auswählt und sich die Liste der Änderungen ansieht. Kurt kann auch die Regeln für Genehmigung und Benachrichtigungen ändern. Als Leiter der Beschaffungsabteilung ist Jörg unter anderem für den reibungslosen Ablauf der Beschaffung und die kontinuierliche Verbesserung verantwortlich. Mithilfe der intuitiven Visualisierungen von Merlin Analytics kann Jörg die Effektivität der Einkaufsaktivitäten leicht ermitteln und vorbeugende und korrigierende Maßnahmen ergreifen. Merlin ermöglicht die vollständige Automatisierung der verschiedenen Schritte des Beschaffungsprozesses, indem alle Beteiligten auf eine gemeinsame Plattform zugreifen können. Die Lösung hat einen kürzeren Implementierungszyklus und ist in hohem Maße konfigurierbar, um unterschiedlichen Unternehmensanforderungen gerecht zu werden. Merlin kann auch mit einigen der gängigen ERP-Systeme integriert werden, um einen nahtlosen Informationsfluss zwischen den Unternehmenssystemen zu gewährleisten. Mit Merlin verbinden Sie qualifizierte Lieferanten, beschleunigen Sie Ihre Beschaffungszyklen und vieles mehr. Merlin – die richtige strategische Beschaffungsplattform für Ihr Unternehmen.